So, das Tuning ist fertig. Dein Auto hat jetzt 1000 PS. Oh, super. Wirklich? Tony, das Auto hat jetzt 1000 PS? So, und jetzt kommt die Probefahrt. Oh, was für ein Sound. Jawollo, gib richtig Gas. Oh, krass, was für eine Power. Ich war direkt in den Sitz gepresst. Und jetzt Kickdown. Ah! Ah, 1000 PS. Was hast du mit dieses Auto gemacht? Heppah! Was? Heftig, deftig. Das sind 1000 PS. Ja, das sind 1000 PS. Aber du wirst schon dran gewinnen. Das ist Autofahren auf ein ganz anderes Level. Juppah, und nicht anders. So, wir benden die Tastfahrt jetzt mal. Und ihr, meine Freunde, ihr abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und lasst einen Daumen hoch. Euer Tony Fresh, meine Freunde. Ja, das ist schon mal.